Ich begrüße euch zur Tagesbotschaft für den 16. Januar. In dieser Woche habe ich mir gedacht, ziehe ich jeden Tag eine Botschaft aus dem Tiere-Tarot und lese euch einfach die Botschaft vor. Diese soll euch dann in den Tag begleiten. Und für den 16. haben wir folgendes, das Ego. Vielleicht fühlen Sie sich in einer Situation gefangen, doch das stimmt nicht. Achten Sie darauf, sich nicht zu sehr auf materiellen Reichtum zu konzentrieren und befreien Sie sich von negativen Denkmustern. Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!